guten tag ihr leid weiter geht's mit wolf among us ich hab nur die 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 folge die gestern das kapitel doch von vorne gestartet paringen die bronx abends ja ich hab's von vorne gestartet weil keine ahnung warum eigentlich net oder hafangen ich weiß nicht wie was ich gewählt hat muss ich ganz ehrlich sagen aber ich will nur einfach das was ich denke das richtig ist wo wieder auch hier wieder okay ja dann ist doch alles gut oder so wohin hängt wo ich doch von mir danke wo wir kater to the diverse taste of the fable community your pleasure is our pleasure your desires are our desires listen you could be in danger oh sweetie we're all in danger what do you think you're doing you look like you're trying to take a shit i can take it from here good luck it's your face you have to smile you never smile how many times do i have to say it you're supposed to turn the clients on that's your job okay ich gucke mich nicht ein bisschen um was heißt it's you okay die haben alle die lila halsbänder schleifschar schleifschar stay right there don't even think about sitting down you georgie brilliant deductions sheriff scoot up what do you want then you here for a little taste tell you what come back after midnight maybe i can hook you up or uh knowing you this is probably not quite your style you'd prefer someone who can take a bit of a beating tell me do you prefer a stationary target or one that will put up a fight i can arrange whatever you like for the right price ich sag mal gar nix ich wackele nur bedeutungsvoll mit der abo brau ich würde lieber eine macho pose für einen Moment Jesus Bigby, du bist so kornig ich liebe es doch nein, wirklich, ich liebe es okay, alles klar, Sheriff, einfach mit dir schau, ich weiß, warum du hier bist okay are you sure listen, Sheriff around here we can't afford to wait for you and your swanky pals to take an interest we have to look out for each other when shit happens i hear about it especially if it concerns my livelihood in that case i assume you knew lily was glamored of course she was you daft git she was a troll no i mean glamor to look like another fable yeah well so what who gives a toss people get up to all kinds of things when nobody's watching you know it's illegal to impersonate another fable it's frowned on it's illegal as long as i don't like it the thirteenth floor would never provide a glamour like that it's strictly black market stuff oh black market is it how exciting this is exactly what i would expect from a thug like you storming throw around the boat ich habe ihre Hauptkenner angeschuldigt ne ich bin hier noch ganz friedlich ich sah nur was Sache ist and we're all just about to jump any time the wolf shows his teeth hmm he used to be something you know now look at him nothing to back it up well what the fuck is this then get that out of my face i found it on lily's body and it's definitely a back alley job where did she get it you've got this all wrong if lily was doing a special glamour it wasn't for me for fuck sake i want that kind of eat who was she doing it for then she had clients big bit maybe one of them was into it a lot of fucked up people in fabletown like who try looking in the mirror anyway now what to do with me go on then turn that shit off you gonna hit me go ahead that's what you want to do right that's what you came here for right tell me what i want to know or i'll shut this whole place down ich bin verdammt friedlich oh no fuck du bist aber ein dpi echt jetzt hab nicht nur was gemacht voll lustig you take your sad fucking face when i can't see it bloody bastard fucking shit you proud of yourself mate proud of your little mess wieso michael in der aufstand du bist so dumm zum stehen was will ich ja da machen ist doch so fuck off hans oh der hans hans der ist zu dumm zum stehen was will ich ja da machen hold on a minute hans hans wer kennt nen net nachname ist olo hans 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 da ist dass niemand das weiß was sie wissen sie muss nicht wissen auch nur mich ich kümmer meine wagen und nehme meine Schmerzen End auf Geschichte wieso schaue es hier was ist das ist nicht da ein kleines Buch mit all die Dinge über die Mädchen und so geschrieben? du bist ein moron show me es ist kein Buch und das ist für dich hans wir müssen auf deine konzentrisiken und haben eine ziemlich gute Idee worauf zu beginnen Hey, das ist meine persönliche Geburt. Erzähl mir mal was über das Buch. Ich bin ein ganz freundlicher Kerl. Das ist eine Beziehungsgefahr. Wieso geht das kaputt? Ich schwöre jetzt, was von dem Buch? Hey, jetzt! Also ich... Alter. Über was soll ich nicht dran denken? Oh, sorry, mir ist die Hand ausgerutscht. Jesus, fuck! Oh, 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 was das? Oh, oh, well, what's this? It looks like a floor safe. I wouldn't know. It was here when we moved in. I don't have a key to it. Sheriff, will it come on? Fuck sake, I've got it open up in a few hours. Dann gib mal das Buch. Ich vor nicht nur Ramo. Ab jetzt... ab jetzt gibt es schmerzen ich hab's verstanden ab jetzt gibt es schmerzen legt den schuppen in schutt und asche ich mache nur die pult kaputt ich lass dir die ladegans das ist ein danceclub was die lm ist und stage harmonica kaputt fucking unbelievable okay doch wo die kommen auf den fucking trast my business over this bullshit protector of fable town my ass what a load of crap once again don't get your hopes up there's nothing in here that will tell you anything but it's a kick to the balls for me and my club so we can be happy about that und auf das kleine buch geht doch zusammen hier this is lily's last entry so tell me georgie who's this mr smith oh dear i'm afraid it might be a fake name bigby ah secrecy is sort of how this all works even anse knows that what's 207 room number i don't fucking know millimeters maybe don't bullshit me georgie this is your book your girls secretary i give them a stage i give them music i provide an erotic venue to attract and retain clients but let's be clear on something the girls make the arrangements with their clients not me the girls they're the ones with the mr smiths and joneses and mr x types whatever happens outside the club that's on them i love the business take my cut and i'm out now i've had quite enough for you and your bullying excuse me while i call your superiors to make a complaint hm mach moschee ich red derweil mit deinen leid hello hello georgie betrachten mit georgie reden oh ich weiß genau das ist doch quatschen das ist mir doch scheißegal was leiten dahin wenn ich das nennen also tür ok deputy vielleicht singen sie auch den sheriff alter kollege von mir hey komm her guck dir das mal an was hast du denn da gemacht oh was waren es die chip holt betrachten die chip holt oder was okay die chip holt ja so ob no i don't want to weißt du was hop ich geh schön ganz weiter häng ich dahinter warte schleifst mir doch egal glimmer zylinder terminbuch und viel geld viel geld so ok ich gucke hier illy leah ein anderer was drin fei das schloss ist kaputt ok da ist ein schminkkästchen sieht er wollte ich auch gerade sagen es ist nicht sogar ein schmink der schmink hat sich öffnet hm ok da ohne leid irgendwie zeich faith danke für mich heute Abend wir sprechen bevor du zu dem Apartment Lilly sieht aus wie sie beide einen von Lillys Klienten sahen ok ok ah da kann ich wieder zurück Kosmetikprodukte für mich sieht das aus wie Puppetsch Geld Klappe Klappe O dass unser netter prinz lorenz drin sind so das wäre so klapp Dingenst Lilly hat immer schon wenn das medikprodukt hab ich doch schon untersucht so ist jetzt quasi ja noch libbestift nichts mehr ne Entschuldigung. Entschuldigung. You're trying to place me. They used to call me the little mermaid. Once upon a time. Does that help? What do they call you now? Whatever makes them happy. My name is Nerissa. Well, Nerissa, I've got some questions. Of course you do. I don't have answers. You'll have to find those yourself. Does the number 207 mean anything to you? I assumed it was a room number. But where? We can't talk about work. This is a murder case. I mean can't. These lips are sealed. Discretion is our guarantee. It's how things work here. People keep using those phrases. What does it mean? This is what I need to know about. Lily's last entry. Who's Mr. Smith? Where's room 207? I have to know. Hey, just... ...bleib locker, Junge. It's lips. ... ... ... ... Sheriff Wolf. Would you like to make an... ... ... ... ... ... ... Okay. Was würde ich tun? Ich brauche 150. Es ist nicht gut, kurz zu sein. Es ist okay. Ich habe gesagt, ist nicht Neugeld. Nee, schlau Kopp, aber du weißt jetzt, wo es ist. Mann. Danke, Mann. War wirklich geholfen halt. Jetzt ist es halt ein bisschen blöd, aber okay. Jedem war klar, was los ist. Was? Open Arms. Okay. Er hätte wenigstens die Uniform ausziehen können, also dass er da nicht als Polizistie geht. Nicht so. Das Open Arms Hotel. Die Bronx. Später Abend. Das ist eher Motel statt Hotel, oder nicht? Räumchen. Ich werde dich töten. Gucken wir mal ans Telefon, aber ich weiß nicht, warum. Missing lost cat. Abgeschnippelt. Okay. Ah, komm mal, das sieht interessant aus. Single. Aber echt. Glöckchen haben wir hier, bevor ich das Glöckchen bimmel. Mit Rätseln. Nicht. Kommt. Okay. Da wirst du wer. Alter, das ist Belle. Da steht please ring Belle. Hahahaha. Sorry. Alter. Nixer, oder ist mir... Abgeschnitten nixer. Please ring Belle. Sorry, ich komm da noch nicht drüber. Thanks for covering for me last time too. So, what are you doing here? Oh, you have a key. Nö. Someone else was murdered last night. I heard. The victim was someone who worked at the pudding and pie. Lily. She come around here ever? Oh. Oh, yes. The... The troll. I did see her. I mean, you know, we never really spoke, but... She came off a tad intimidating. Hast du Snow hier gesehen? Hast du Lily? Jemals mit jemandem gesehen? Kennst du Tweedledee? Kanntest du Faith? Also im Moment... Ich hab jetzt ewig Zeit, ne? Kann ich ein bisschen labern. Das ist natürlich Quatsch. Ihr ist klar, selbst wenn sie sich gesichert, dass das nicht die Snow sind kann. Tweedledee ist der Dödeldu. Hier. No, das ist das Wichtige. Ach, mach Sache. Ach, mach Sache. Hast du Snow White gesehen? Oder vielleicht jemanden wie sie. Du weißt, es ist lustig. Ich habe jemanden gesehen, der ich sehr wie sie sah. Aber sie hat nichts gesagt, als sie mich sah. Obwohl sie wusste, dass ich sie sah. Ich habe nur erwartet, dass es nicht Snow war. Und es ging über mein Geschäft. Sie war also wirklich... Als, als Snow, sag ich jetzt mal, erklärt. Und hat sich mit dem Mr. Smith-Gedönse getroffen. Also vorher schon, nicht nur. Komm, jetzt kennen wir eine Frau, ne? Fäith? Oder vielleicht hörst du diesen Namen? Ich könnte es haben. Ich weiß nicht. Am Ende der Nacht ist es, es ist ein Blur mit allen Namen. Tara, Brandy, Amber, Heather. Sorry. Ich habe mit Tweedledee gesprochen, heute Abend. Er hat dich erwähnt. Du kennst ihn? Oder seine Bruder? Ich habe einen Lohn. Für Back-Pay. Es war wie unser 3er Notis. Und seitdem, die Verrücker haben mich verletzt, für Geld und Interesse. Warum ich einen Lohn aus von diesen beiden? Es war von der Krooket... Mann. Beauty. Krooket Mann. Du wirst nicht so schwer, ich bin, Bigby. Ich hatte nicht mehr, woanders zu gehen. Schau. Wenn das wieder passiert, komm, siehst du mich oder Schnee erst. Okay? Ich versuchte. Wie? Ach komm, jetzt sag ich. Dreh jetzt doch nicht auf dem Butter aus. Es wäre besser, wenn jemand dich sieht, dass sie zumindest mit mir sehen, dass sie mich mit mir wissen. Dass sie wissen, dass ich nicht, dass sie sich nur mit dir überlegen. 5 Minuten. Bitte. Wir sehen uns, Beauty. Juste bereit sein, wie ich dich versuchte. Das wird nicht schwer sein. Bist du, Bigby? Ich versuchte, du wirst einen offiziellen Report oder was. Das ist gut. Es ist... Es ist nur, dass... Ich wusste, ob ich da drin muss. Du musst meinen Namen nennen? Ich meine, es ist... Es ist nicht so, wie Beast, die deinen Report sehen würde. Es ist nur... Es ist nur... Es ist nur... Es ist nur... Es ist nur, dass ich das besser schreibe. Danke. Ich empfehle es. Sie scheint halt wirklich, Annie, von der Wenige hier zu sind, wo... Aller, ist es überhaupt nicht cool hier. Ich muss in die 200 Siebel, die ist der Una. Ihr Leid. Wir gehen morgen in die 200 Siebel. Dann... Bis morgen. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüb